Hey, Internet on YouTube! Happy Wheels! Pokémon Challenge! Play now! If you survive and make it Raid 5 Das reimt sich. If you survive... Ich hab doch doch gar nichts gemacht! Sehr witzig. Moment! Ja, beinahe. Ich würde sagen, das war ziemlich knapp. Ich hab mich geklont. Wartet. Okay, der Trick funktioniert nicht. Wann funktioniert... Der hier! Das ist doch unmöglich! Genau, direkt. Okay, wartet. Ich trick's das Ding aus. Zuerst, tu ich's aus. Buh! Ha, Victor! ha, 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 ha! Wer ist der Beste auf der ganzen Welt? Wie die Wewewippes mir gefällt... A dark unknown souls... blah-blah-blah. Bl'ah Bluh. Nichts ist passiert. Ich lebe! Perfec... Ah so, hier muss ich gar nicht drüber. Wunderbar, mir geht's doch immer gut. Mir geht's noch immer gut. Das wird ein schöner Ausflug. Ah, okay, du hast eine rote Schuhe. Ich dachte schon. War das gut? Okay, jetzt wieder noch vor. Und wieder runter. Ich hab alles unter Kontrolle. Das ist total easy. Und irgendwann werde ich dran denken und den Fett schnallen. Ich will hier runter. Yes! Perfekt. Perfekt. Das ist nur ein bisschen Radioaktivität. Was? 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 Was zum... Go out there and save the world. Mit welchem Körperteil genau? Das hat auch so gut angefangen. Okay. Vergiss die Radioaktivität. Hat noch nie jemandem geschadet. Laut Zeitungsberichten ist das alles nie am Kopf... Au! Okay, wenn der Kopf fehlt, das könnte... ...ein Problem sein. Aber wie bei jedem Radioaktivunfall... ...es besteht keine Gefahr. Nie! Wieso? Ich dachte, das war doch nur ein kleiner Cupfly. Jetzt wartet doch mal. Komm mal mit der Ruhe jetzt. Ein bisschen Konzentration. Konzentration. Perfekt. Okay. Diesmal schaffe ich das Level. Ein bisschen Fukushima hat noch nie jemandem geschadet. Rückwärts. Hinunter. Vorsichtig. Was ist das jetzt? Oh, Entschuldigung. Okay, das ist eine Falle. Das wollen wir nicht machen. Wartet. Oh, shit! Shit! Ich habe einen Saunfall... Nein! Ah, je... Na gut, wir haben hier genügend Radioaktivität. Um mehrere Kinder zu machen. Ich komme gleich mit zwei Köpfen auf die Welt. Oh, shit! Gott! Ha, ha, ha! Moment. Vorsicht. Oh, nee. Muss ich hier rauf? Au! Das geht noch. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann auch mit einer Hand lenken. Mit zwei Köpfen. Du hast zwei Gehirne, nur bist doppelt so klug. Wartet. Außerdem leuchtest du in der Nacht, brauchst du keine Taschenlampe. Alles Energiespann. Welcher Zone? Welcher Zone? Was zum Henker? Okay, zurück. Easy. Interesting. Sollte ich das lesen? Nee. Wozu? Vorsicht, Vorsicht! Sch, 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 sch. Sch, 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 sch. Okay, danke. Mir geht's noch immer wunderbar. Dann haben wir zwei gesunde Füße. I did it! I did it! So, ein Kind verloren. Aber nichts, was man nicht nachmachen könnte. Was zum Henker? Was? Was ist das? Ach so, Moment. I believe I can... I can die. I believe I can die. Ah, 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 ah. Okay, jetzt habe ich es heraus und das ist überhaupt kein Thema. Flieg! Okay. Okay. Ah, das geht... Ah, PewDiePie! Shit! Oh, Gott. Chuck Norris! So sieht's... Oh, das ist schlechter eigentlich als vorher. Moment. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh, ich muss zum... Oh, Tobi! Ich muss zum Gott kommen. Ich bin ein Gott. Yes, I did it! Ich bin Gott! Hier steht schwarz auf weiß. Und hört auf, so viel... Wünschen zu haben jeden Tag. Brennen die Ohren. 3D Pool Living. PewDiePie. Okay. Oh, das wird eine 9,5. Ich kann... Muss lernen, loszulassen. Moment. I'm sorry, what? Für die Vollversion. Okay. Nein, das ist super. Ich kann auch hier unten bleiben. Ich verstehe nicht ganz. Was bin ich hier nochmal? Und go! Go! Ich finde das fantastisch. Das war mindestens ein 9,5. Check Run! Kenn ich das nicht? Ich weiß es nicht. Ha, ha! Moment, Moment, Moment. Moment, jetzt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Ah! Jesus Christ! Ha, ha, ha! Oh, wie elegant war das? Wie elegant war das? Okay, Level 5, baby! Was ist das? Oh, je... Farrr! Zumba, zumba! Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Es ist einfach... Okay, in dem Zustand war es schon egal. Du hast mich noch einmal versucht. Go, 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 go! Ich will es jetzt schaffen! Was war... Welches Level war ich von? Perfekt, perfekt. Das war perfekt. Wie geht's? Mein Sohn? Ich bin jetzt keinen Computer mehr zu kaufen. Und keine Playstation, weil du kannst sie eh nicht bedienen. Also, von daher... Wieder Geld gespannt. Level 5! Das geht! Mir geht's gut. Level 6... 7 haben wir auch gleich mitgenommen. Level 8, okay. Das ist nur eine kleine... Schnitt... Shit! Shit! Mother of... Schnittwunde! Heilige... Schnittwunde! Okay, so weit, so gut. Ja, wunderbar, wunderbar. Wir kommen hier locker... Mach dich durch. Perfekt. Niemand ist verletzt von uns. Hauptsache ich nicht. Uh, uh, das war gut. Ich schwör dir... Das war doch jetzt... Hier war irgendwas gemogen. Wunderbar, wunderbar. Level 4, komm. Rock, zock, geht das. Rock, zock, rock, zock. What did it take, yeah? Ich hab keinen Knochenbruch gehört. Ich bin überrascht. Ah, das war easy. Ah, das war... Ich seh nicht, dass mir ein Körperteil fehlt. Alles gut. Mir geht's noch immer gut. Ich kann noch in die Pedale treten. Mir geht's noch gut. Strapelzot! Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und... Tschüss!